Wir sind hier voll gekürzt. Ist das geil. Ne ja. Theoretisch kannst du es keinem erzählen, aber... Ne. Aber wir müssen es erzählen. Alter, ist das geil. Ne. Wir hatten Spaß. Ich meine, wir wollen einkaufen. Mhm. Machen wir jetzt auch wieder. Jo. Können wir uns gleich nicht schaffen. Oh, die Bier ist gar nicht frisch und ich bleib hängen. Und beide. Wir sollen uns ein bisschen beeilen, weil es gleich wieder dunkel wird dann. Mhm. Aber ich hab hier eine Lampe dran. So blöd kann keiner sein. Oh. Von mir zweimal. Oh. Ist aber auch zufällig, dass ich dein Bestes mit einer Sex habe. Also ja. Ja, weil die Beschreibung bei dir so blöd war. Das... Ich dachte erst, du wolltest mich verarschen. Ne. War mir auch sicher, dass ich den richtigen Schlüssel gekauft habe. Mhm. Aber er passte halt irgendwie nicht. Ne. Konnt er ja nicht. Konnt er ja nicht. Ich denke mal, jetzt passt er. Alle drei. Oh. Ich hab's aber auch nicht gecheckt, Alter. Ja. Ja. Die sind schon geil. Vier Labs-Cards, Alter. Du kannst auch nicht leckern. Die ASS kannst du aber auch nicht kaufen. Ne. Ich glaube, du kannst nur noch pauschen oder sowas. Ja. Wenn du hier kriegst, ist das schon gut. Mhm. Ja, da könnte das bleiben. Ja. Vielleicht kommt da so ein bescheuer, das Gap vom Schuss ist. Gap vom Baum, ja ja. Die Knochen weg. Guck gleich hin. Ich weiß schon, wie er da ist. Ich weiß doch, Alter. Gerade hier, als die Puste weg war. Ja. Ein bisschen hässlicher Schräge. Ich glaub, nur dieser Schräge hoch hier. Ist der wie? Ist der schwerst gestört? Hä? Hier hoch, diese Scheiße, Alter. Hä? Ich weiß doch, weiter links. Ist das dumm. Die Schräge war doch hier. Weiter links, ja. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ne. Viel Skefter. Ah, Pfeffer. Hier sind ein paar Brummer, Junge. Aber richtig. Deswegen waren wir auch mal so schnell da. Ja. Ja. Wer ist das? Sanitar. Appen. Okay. Aber seine Kumpels, die darfst im Gange töten. Was aber erst noch ist. Warte, ich schmeiß da nicht. Ah, narte. Oh, alter. Oh, ich geh da noch mal runter. Oh, ich geh da noch mal runter. Einer liegt hier. Genauso. Geil. Habe ich den Idioten. Ich darf es nicht töten, Alter. Einer 586 A1 regelt. Mhm. We got locals. We got locals. Ja, die sind draußen. Ach so. Die kommen gleich rein. Ah, hier runter. Die sind direkt hier in der Hochkant bringen. Mal runter. Ja. Und die nur runter. Das war nicht. Hm. Komm. Ja. Ach so. Ach so. Mhm. Den dummen Sanitar, Alter. Ja. Wie der da. Wie der da. Wie so eingepisster kleiner Junge. Wie der dort. Wie der da. Und dann haben wir das FMJ. Hm. Habe ich geschlossen. Bein gehabt. Ja, der nehme ich. Nee, nicht die Wahl. Gefahr ist es. Ja. Witzende Grund. Und. Boah. Jetzt kommt es bei Ihnen. Weil die kann ich ja weghalten. Mhm. Finde ich noch gut ist. Ach, kann ich gar nicht. Ja. Da geht's mit dem Sanitarst. Das wird auch geil. Geil. Aufrund ich. Ach, komm mal rein. Mir laber dich bei den Arschlöcher. Local survive. Oh, nicht hier so ein Durst. Oh, nee. Ja, kannst du noch mal reparieren. Ja, aber nicht jetzt so weit. Ach so, nee. Das nicht. Mitnehmen, ja. Das geht. Naja, aber das ist schwer. Naja, das ist es. Lohnt sich das? Nee. Eher nicht. Mhm. Fuck. Timmy down. Teammate down. Mhm. Okay, teammate. Da steht ja auch nicht. Ich hab' mir schön lang gemacht, wie ein Altschöpfhandel. Mhm. Die waren geil. Die waren geil. Mhm. Die waren so geil. hier. Ja, da ist er mit seiner blauen Jacke. Letztens noch die große Fresse gehabt, denn jetzt liegt er hier. Zusammengeschossen im Treppenhaus. Was? Ich dachte, da will gar nicht umfallen. Ich dachte, da will gar nicht umfallen. Mit den letzten Kugeln. Zusammengeschossen im Treppenhaus. Wie so Scheuerlappen. hat er sich überdienen. Mhm. Das dumme Kind. Ohne seine Kumpels. Die haben auch ganz schön Blut gelassen hier. Das ist was weiße. Ja. Vielleicht krieg ich gar nicht. Was tun wir? Das ist nicht aus. Das hat er nicht gehabt. Und ein CMS ist toll. Mhm. Kleinen dummen Schlüssel, ne? Das ist auf jeden Fall. Mhm. Na, da hat nicht viel in der Idiot. Nein, in der Birne nicht. Er ist Arzt. Er muss schlau sein. Kommt dir was gerannt? Im Bad? Ja. Hier im Pool. Teamate down. Teamate down. Teamate down. War es ein PMC? Ja, ja. Die anderen kommen bestimmt auch noch. Vielleicht. Hm. Du mein Schwein. Ja, ja. Die anderen kommen bestimmt auch noch. Ja. Mhm. 360er Max Vollklippen dauert ne Weile. Mhm. So, jetzt weiß ich was. Wer da sitzt, Alter. Du kannst doch gar nicht umfallen. Logo, das ist egal. Wo ist er? Hä? Wer sitzt halt da? Ne, bei mir liegt er. Sieht aus, als war der... Bei mir sitzt er auch noch. Verkrüppelte Liegestütze machen. So mit Frauenliegestütz. Weiß er auf den Knien. Die Gag spottet, oder? Die Trottel. Die legen auch noch um. Papa. Jetzt, wo wir gerade an Fahrt sind. Ja. So. Ich brauche nochmal alle Sklaps. Oh. Oh. Wir haben eine Granate vorhauen. Oder hast du... Ne, die sind draußen. Okay. Lkw. Hm. Da haben wir in einen Lkw. Wo sind denn die? Wir sind weiter rechts irgendwie. Wir sind weiter rechts irgendwie. Außen und rechts irgendwie. Gucken wir mal hinter. Die kamen ja auch hinten die Treppen runter. Mal. 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 ja das klingt jetzt mal ja habe ich erwischt da waren die noch am lkw ok sanita kann uns schon mal ja nicht mehr empfangen arm weg was sonst auch nicht gibt es doch gar nicht alter doch die sind rüber von anderer seite wir haben gerade doch die knochen weg geschossen doch nicht so was die wohnsäume jetzt jetzt ist es so weit mach mal deine funze aus und du blendest mich was willst du mich verarschen die sind hinter uns es gibt es doch gar nicht wenn du hochkommst rechts mit dem mutter da waren die freundlich die haben ja schon wieder den arm weggeschossen ja genau da gibt es doch nicht so was einer lebt noch ich dachte das waren die pmc's ja eigentlich waren sie welche ich weiß ich blick hier langsam nicht mehr durch da ist gefüchter ganz bisschen sauer da ist noch einer da hinten hast du ihn vergessen alter mensch schießt doch da den scheiß keff ab ich sehe aber ja weil ich ihn jetzt erschossen habe bist du blind da war keiner ich kann dir nur das sagen was ich sehe da war keiner da mein wortchen von unserer treffe rechts worte ich damit will kommt der war tot und dann war ruhe hm ja 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 ich habe noch genug ne ich habe da kommt oder was ja 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 die diese arschgeigen ja ja wie viel cms ich heute verbraucht habe das ist nicht normal ich habe ich habe dann noch von den ich habe dann aber jetzt sind die wixer schon noch einmal meine ich nehme ich kann mensch du guckst und siehst keinen anderen mach mal den nicht aus kannst du in dem licht auch gar nicht aus der scheibe gucken wie schnell war er denn weg bitteschön schneller als die kugel alter ja genau so schnell gelaufen wie das gefroben bei mir wie geschnipst war das ja milisekunden hängt und dann nach vorne lecken schweigealver 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 immer in bis rum weiß ich nicht ob du von dem die m4 mitnehmen willst die haus ist noch die war noch gut okay noch mal klippen da kommen wir müssen hoch einkaufen wollen wir auch noch naja jetzt geht es mal wenn es um richtigen links sind 306 und 308 hier unlock das ist nämlich das sieht nicht ganz anders aus das waren die scheißrechner ja mehr geht nicht ach ich soll noch rechner hier raus für einkaufen ja muss man mal eine magazine prüfen das kann man nachklippen ja ich mache an jetzt kann hierzu jetzt nochmal vollklippen oder ich mache ich das 60er nochmal vollklippen ja doch ja doch denke ich schon das kann man nachklippen ja 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 das kann ich nicht ja 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 Was ist das? Da ist er. Brauch ich auch noch. Was? Bleicher? Da ist er. Na, da stand doch welcher im Regal, du bist dran vorbeigerand. Im Treppenhaus, um. In der dritten. Genau, wir gehen. Gehen wir irgendwo. Aber vielleicht da, dass da auch noch welche finden. Denk mich schon. Da gibt es alles für den Hausmann. Ja. Geil. Ja, wenn wir hier rauskommen, war das wieder eine geile Arbeit. Ja. Da liegt ein Bruder. Hm. Ich weiß nicht. Jetzt noch die Kunst. Ja, das wär's. Und dann. Aha. Ich kann fernbleiben. Ich muss erst mal ins gemischtwaren Geschäft. Oh. Guck mal, der wartet hier auf uns. Ins gemischtwaren Geschäft. Ruhige dich. 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 Wo ist es? Erdboden. Ach. Hier. 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 Geht aus wie Müll. Ha. Schmeckt. Da lag noch wer andere. Ne. Die andere hab ich gesehen. Da dachte ich, ne. Das kann's ja nicht sein. Ja. Ja. Da darf sich verteilen, denke ich. Aber. Na, bei. Die andere hab ich zufüß. Kei, da runter. Ich muss mich gerne vermeren. Ich muss mich selbst schneiden. Hier haben wir noch dazu. Ich muss mich sehr freuen. Ich muss mich schenken. Ja. Däkter werden. Da ist alles. Wie sagen Sie, ich wollte mich ein bisschen viel davon machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 nein wie sie es wurden hier vorne 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 da ich hab schon gesehen ich dachte das ist nicht stirb doch erstmal nicht was soll ich sagen abends schon wieder weg da ist noch nicht immer ich muss eine schwere blutung stoppen da läuft da drüben in der weißen container welchen eier kann es hier sehr war nicht der geballer noch gehört das waren wir auch nicht da muss noch einer sehen tappen alter da hinten hinten rostlichen pfeiler unten hat er eine granate fallen lassen ne die hab ich geworfen dann hättest du auf alle fälle auch gehabt die war genau richtig alter weg hier boah solche nückenkinder kommt jetzt noch hier hierher kommen jetzt hauen wir halt ab ist das ein ein stiefel jaa ich muss auch meine kannst du den auch noch angucken den schwachkopf so eigentlich gibt es mehr oder ja ja also da ich das ich das ich kann das ich Was war denn der hier hinten? Ach doch, Alter. Der ist ohne A2, Alter. Aha. Der will. Weil, ich spar. Hm. Haben wir geschossen wie den Leber. Ja. Jawohl, nicht gleich. Ich bin der. Wenn du willst, kannst du die zwei nochmal angucken. Aber die haben uns weiter. Ich habe auch geblasst mehr. Hm. Nichts geht mehr. Ja. Ja. Oh. Wer ist das hier? Munition. Ich lauf schon los. Ja. 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 Ist rum. Ja. 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 Ich habe heute die Faxen dick. Alter. Was schießen die Huren so in den anderen die Knochen weg. Keine Ahnung. Ja. 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 Was ist denn das jetzt? Was denn? Das ist schon wieder so Standfilter, Ruckelbilder. Kurz ein Fries für eine Sekunde. Nicht normal. Oh, da läuft noch einer. Ja, hier war das. Drei Guards. Zwei Jusex, zwei Bears. Zwei Jusex, zwei Bears. Bis zum nächsten Mal.